So, willkommen zur zweiten Folge Rocket League. Und wieder im Ranked Modus. Ich habe gerade versucht eine Folge Rumble Modus aufzunehmen, aber das ist einfach nicht machbar mit random Leuten. Da muss ich schauen, dass ich mir mal andere dazu hole. Und Tor. Wunderschön, wunderschön, oder? Zieht euch rein und bam. Ins Eck. Der ist auch wieder drinnen, oder auch nicht? Ja, also irgendwie... Am Anfang so die ersten 30 Sekunden ungefähr sah es so aus, als ob das wirklich spannend werden könnte. Aber naja, mal gucken. Bisher ist es ja auch nur ein 2 zu 0. Ui. Brauche ich mal Boost. Oh, schade. Der Winkel war minimal falsch. Aber das weiß man ja auch erst hinterher... Ne, ne. Ich hätte ihn vielleicht besser abgewehrt, aber naja. Jo. Gut. Ja. Sorry, brauche ich da nicht schreiben. Den hätte ich genauso wenig getroffen. Ah, schade. Ich bin auch hingefahren, aber eher minimal schneller. Das war, glaube ich, auch... Nicht viel, was da gefehlt hat. Schnauze hochziehen. Schnauze hochziehen. Das muss ich mir merken. Ah, schade. War ich zu langsam? Ja, bei 12 Fuß brauche ich nicht losfliegen. Okay. Okay. Und weg damit mal. Ich treffe immer die Gegner. Egal wie ich fliege, das sind immer die Gegner, die ich treffe. Na, jetzt gehen wir mal wieder vor, oder? Ja. Ah, sehr schön. Okay, es ist also doch... Na, mein Fehler. Oh. Oh, jetzt mal wieder vor. Der könnte gut sein. Ja, sehr schön. Es ist doch spannend. Spannender als erwartet. Ich fahr mal hin. Ah, wir fahren beide. Gut, gut, gut. Jo. Jo. Okay. Also, dass der aufs Tor kommt, war mir fast klar. Dass der so aufs Tor kommt. Näh. Konnte ich aber auch, glaube ich, nicht wirklich mit rechnen. Nein. Diesen zweiten Sprung mache ich immer zu früh. Fällt mir auf. Hilfe. Damit rechnen die Leute nicht, dass ich von hinten denen den Ball abzock. Ja, sehr schön. Zieh. Jawohl. Und dann nochmal schön vor den Gegner schmeißen. Ne, wir waren dort, wie ich vorm Gegner nochmal... Ah, das sieht man nicht. Schade. Ah, vier, zwei. Okay. Wieder ein kleines Polster. Kein Boost. Mit Boost wäre der auch drin gewesen, aber... Ohne Boost geht halt nichts. Gar nichts. Ja, sehr schön. Was war das denn? Hm, schade. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Oh, der ist drin, glaube ich. Haben wir Glück. Ja, okay. Das ist durch. Spannendes Spiel, aber das Spannste, was ich heute hatte. Ähm, ne, zu früh. Ne, immer noch zu früh. So. Ah, okay. Sehr schön. Dann würde ich sagen, noch eine Runde. Oh, boah, das war mein Stuhl mal wieder. So, zweite Runde. Ähm. Für mich ist es die dritte. Ich hatte gerade noch eine, aber... Die werde ich nicht nehmen. Das war einfach der größte Bullshit. Es war nicht, weil ich verloren habe. Sondern es war wegen meinem Teammate, weil der absolut Punkt A nichts konnte. Und Punkt B dann auch noch gelieft ist. Mal gucken, was jetzt was wird auf der Neo-Tokyo-Map. Ui. Mal weiter vor. Oh je. Ja, davon gehe ich aus. Aber wir haben uns nichts mehr wahrgenommen, das ist so komisch gedreht. Jetzt schießt doch. Danke. Weißt du, fährt da oben hinter dem Ball her und trifft ihn nicht. Ja, davon gehe ich aus, mein Freund. Der war nicht gut, den hätte ich besser machen können. Aber naja. Und rein. Was heißt denn hier guter Pass? Ah, 2-0. Ah, okay. Ja, gut. Das ist dann natürlich... Da muss ich mich jetzt echt konzentrieren, weil da war ich mir nicht sicher, was passiert. Hoppala. Ich wollte den Ball treffen. Out of boost. Alter, Vater. Ah, schade. Hab ich ihn nicht getroffen? Boah, war er noch auch ganz knapp. Schade. Irgendwann habe ich jetzt einen fähigen Teammate, der auch nicht direkt lief nach dem ersten Tor. Sag mal, Gott sei dich hier. Komm, schieß, schieß, schieß. Wo ist er? Da ist er. Oh, nicht gut. Habe ich den jetzt in der Luft nochmal getroffen? Ja. Sag mal. Nicht jetzt. Mal gucken. Ah, ist ja gut. Oh, ich hänge doof. Boah. Es tut mir leid, dass ich dich ins Tor gerammt habe. Das war die einzige Chance. Schön. Ah, okay, 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 alles noch akzeptabel. Machen! Jawoll, so ist schön. Das war doch jetzt auch wieder schön, oder? Und rein, jawoll. Ah, du hast ihn okay. Meine Nase läuft. Das ist nicht ganz so geil. Habe ich überhaupt ein Tor gemacht? Ach ja, eins. Schön, GG. Ja, das war's. Ja, dann würde ich auch sagen. War's das für die zweite Folge Rocket League. Über eine Bewertung würde ich mich wieder freuen. Ja, haut rein. Ciao. So.